Hat dir der Film gefallen? Mir gefiel dieser Film nicht besonders. Ich habe diesen Film geliebt. Was hast du gemacht, als mein Vater kam? Ich habe Fußball gespielt. Ich studierte. Was tun in Zeiten der Schulden? Ich studiere. Ich lese Bücher. Ich lese Bücher. Ich mache Musik. Ich mache Musik. Um wie viel Uhr kam der Lehrer an? Um wie viel Uhr kam der Lehrer an? Er kam um 15 Uhr an. Er kam um 15 Uhr an. Ich kam um 8 Uhr abends an. Ich kam um 8 Uhr abends an. Wie hast du Englisch gelernt? Ich habe es mir zu Hause selbst beigebracht. Ich habe es mir zu Hause selbst beigebracht. Ich habe es in England gelernt. Ich habe es in England gelernt. Ich habe aus Filmen gelernt. Ich habe aus Filmen gelernt. Ich habe es von meiner Freundin gelernt. Ich habe es von meiner Freundin gelernt. Was macht Michael gerade? Was macht Michael gerade? Er geht ins Restaurant. Er geht ins Restaurant. Er geht nach Hause. Er geht nach Hause. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Mir geht es gut. Mir geht es gut. Ich bin ein wenig krank. Ich bin ein wenig krank. Ich bin nicht sehr gut. Ich bin nicht sehr gut. Ich versuche zu heilen. Ich versuche zu heilen. Ich bin nicht schlecht. Wie geht es dir? Ich bin nicht schlecht. Wie geht es dir? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Eigentlich gibt es kein Problem. Eigentlich gibt es kein Problem. Das Problem ist, dass uns die Ressourcen fehlen. Welche Wörter hast du heute gelernt? Welche Wörter hast du heute gelernt? Heute habe ich die Wörter, Fokus, und Spezifisch, gelernt. Ich habe heute kein neues Wort gelernt. Welche Spielzeuge mag ihr Sohn? Welche Spielzeuge mag ihr Sohn? Er liebt Spielzeugautos. Er liebt Spielzeugautos. Er liebt Superhelden. Er liebt Superhelden. Was ist im Glas? Was ist im Glas? Es gibt Erdbeermarmelade. Es gibt Erdbeermarmelade. Im Glas ist Honig. Im Glas ist Honig. Was machte Tommy in der Schule? Was machte Tommy in der Schule? Er spielte Ball im Garten. Er spielte Ball im Garten. Er lernte im Unterricht. Er lernte im Unterricht. Wie hast du nachts geschlafen? Wie hast du nachts geschlafen? Eine Mücke hat mich nachts gebissen. Nachts habe ich sehr angenehm geschlafen. Nachts habe ich sehr angenehm geschlafen. In welchem Jahrhundert wäre es sehr interessant zu leben? Das Leben im achtzehnten Jahrhundert hätte Spaß machen können. Ich möchte im dreißigsten Jahrhundert leben. Ich möchte im dreißigsten Jahrhundert leben. Um wieviel Uhr kommst du von der Schule? Um wieviel Uhr kommst du von der Schule? Ich werde gegen 17 Uhr zu Hause sein. Ich werde gegen 17 Uhr zu Hause sein. Ich werde heute nicht nach Hause kommen. Ich werde bei meinem Freund bleiben. Ich werde heute nicht nach Hause kommen. Ich werde bei meinem Freund bleiben. Welcher Tag ist heute? Welcher Tag ist heute? Heute ist Samstag. Heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag. Werden Sie dieses Jahr in den Sommerurlaub fahren? Werden Sie dieses Jahr in den Sommerurlaub fahren? Dieses Jahr können wir endlich in den Urlaub fahren. Dieses Jahr können wir endlich in den Urlaub fahren. Ich starte dieses Jahr ein Projekt. Wir werden nicht in den Urlaub fahren können. Ich starte dieses Jahr ein Projekt. Wir werden nicht in den Urlaub fahren können. Wir werden nicht in den Urlaub fahren. Was für ein Mann war Michael? Was für ein Mann war Michael? Er war ein sehr guter Mann. Er war ein sehr guter Mann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Das Wetter ist sehr heiß. Das Wetter ist sehr heiß. Kaltes Wetter. Kaltes Wetter. Das Wetter ist regnerisch. Das Wetter ist regnerisch. Es ist windig. Es ist windig. In welcher Klasse bist du? In welcher Klasse bist du? Ich bin in der Vorbereitungsklasse. Ich bin in der Vorbereitungsklasse. Ich habe gerade mit der Universität angefangen. Ich habe gerade mit der Universität angefangen. Wie ist Tommy? Wie ist Tommy? Tommy ist ein sehr ruhiger Mensch. Tommy ist ein sehr ruhiger Mensch. Tommy ist ein sehr ehrgeiziger Mensch. Tommy ist ein sehr ehrgeiziger Mensch. Wo werden sie Urlaub machen? Ich glaube, ich gehe nach Paris. Ich glaube, ich gehe nach Paris. Ich werde meinen Urlaub in Istanbul verbringen. Hast du für die Prüfung gelernt? Hast du für die Prüfung gelernt? Eigentlich habe ich studiert, aber andererseits gibt es viele Probleme. Ich habe es versucht, aber die Themen sind sehr problematisch. Ich habe es versucht, aber die Themen sind sehr problematisch. In welcher Klasse bist du? In welcher Klasse bist du? Ich lerne in der achten Klasse. Ich lerne in der achten Klasse. Ich habe die zehnte Klasse bestanden. Ich habe die zehnte Klasse bestanden. Ich werde in zwei Jahren mit der ersten Klasse beginnen. Ich werde in zwei Jahren mit der ersten Klasse beginnen. Haben Sie Ihre Sicherheitssoftware aktualisiert? Haben Sie Ihre Sicherheitssoftware aktualisiert? Ja, ich habe es aktualisiert. Ja, ich habe es aktualisiert. Nein, ich habe es noch nicht aktualisiert. Nein, ich habe es noch nicht aktualisiert. Wie viele Kleidungsstücke hast du ungefähr? 10, einschließlich der neuen Kleidung, die ich gekauft habe. 10, einschließlich der neuen Kleidung, die ich gekauft habe. Ich habe keine Kleidung dabei. Ich habe keine Kleidung dabei. Wie möchten Sie zahlen? Wie möchten Sie zahlen? Sie müssen im Voraus bezahlen. Sie müssen im Voraus bezahlen. Sie können mit Kreditkarte bezahlen. Sie können mit Kreditkarte bezahlen. Wie ist er? Wie ist er? Er ist ein fleißiger Mensch. Er ist ein fleißiger Mensch. Er ist ein fauler Mensch. Er ist ein fauler Mensch. Welche Lebensmittel mögen Sie sehr? Welche Lebensmittel mögen Sie sehr? Mein Lieblingsessen ist Pasta. Mein Lieblingsessen ist Pasta. Ich wähle das Essen nicht so sehr. Ich wähle das Essen nicht so sehr. Was machst du heute? Was machst du heute? Ich werde meine Mutter besuchen. Ich werde meine Mutter besuchen. Ich werde studieren. Ich werde studieren. Ich werde einkaufen gehen. Ich werde einkaufen gehen. Wer kam nach Hause? Michael kam früh am Morgen an. Michael kam früh am Morgen an. Abends kam meine Freundin. Abends kam meine Freundin. Was ist dein Beruf? Was ist dein Beruf? Ich bin ein Student. Ich bin ein Student. Mein Lehrer. Mein Lehrer. Ich bin ein Computeringenieur. Ich bin ein Computeringenieur. Ich bin leitender Manager in einem internationalen Unternehmen. Ich bin leitender Manager in einem internationalen Unternehmen. Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Nur unser Team wird an diesem Projekt arbeiten. Nur unser Team wird an diesem Projekt arbeiten. Ich arbeite mit Michael an diesem Projekt. Ich arbeite mit Michael an diesem Projekt. Wie wirst du Ball spielen? Wie wirst du Ball spielen? Ich werde mein Bestes geben. Ich werde mein Bestes geben. Ich bin sehr müde. Ich werde versuchen, gut zu spielen. Ich bin sehr müde. Ich werde versuchen, gut zu spielen. Kann ich das kaufen? Kann ich das kaufen? Leider ist dieser bereits verkauft. Leider ist dieser bereits verkauft. Klar. Du kannst es haben. Klar. Du kannst es haben. Wo frühstücken Sie? Wo frühstücken Sie? Wo frühstücken Sie? Wo frühstücken Sie? Ich mache es zu Hause. Ich mache es zu Hause. Normalerweise. Normalerweise frühstücke ich nicht. Normalerweise frühstücke ich nicht. Ist der Name Ihres Bruders Michael? Ist der Name Ihres Bruders Michael? Nein. Der Name meines Bruders ist Tom. Was ist Ihre Telefonnummer? Was ist Ihre Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist XX. Meine Telefonnummer ist XX. Ich habe kein Handy. Magst du sie? Magst du sie? Ja. Es ist wie mein eigenes Zuhause. Ja. Es ist wie mein eigenes Zuhause. Es hat mir nicht so gut gefallen. Es ist ein sehr überfüllter Ort. Welches ist das beste Café in dieser Stadt? Welches ist das beste Café in dieser Stadt? Das Café Lisa in Texim ist sehr gut. Das Café Lisa in Texim ist sehr gut. Hier in meiner Straße gibt es ein sehr gutes Café. Hier in meiner Straße gibt es ein sehr gutes Café. Wirst du morgen frei sein? Wirst du morgen frei sein? Ja. Ich arbeite morgen nicht. Ja. Ich arbeite morgen nicht. Nein. Ich muss zur Schule. Nein. Ich muss zur Schule. Ich werde mit den Kindern in den Park gehen. Ich werde mit den Kindern in den Park gehen. Wird Michael ein guter Mann werden? Wird Michael ein guter Mann werden? Ich glaube nicht, dass Michael ein guter Mann wäre. Ich glaube nicht, dass Michael ein guter Mann wäre. Michael scheint ein guter Kerl zu sein. Lieben Sie ihn? Lieben Sie ihn? Ja. Liebst du ihn? Ich habe es früher geliebt. Ich habe es früher geliebt. Mein Auto. Ich habe es früher geliebt. Mein Auto. Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Mein Auto. Mein Auto Nicht unseres Nicht unseres Sohn, willst du essen? Sohn, willst du essen? Nein, Papa, ich werde nichts essen. Nein, Papa, ich werde nichts essen. Wie lange versuchen sie schon, Englisch zu lernen? Wie lange versuchen sie schon, Englisch zu lernen? Ich arbeite seit drei Jahren. Ich arbeite seit drei Jahren. Ich versuche seit zehn Jahren zu lernen. Ich versuche seit zehn Jahren zu lernen. Warum bist du erst heute gekommen? Warum bist du erst heute gekommen? Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich kam, als ich es lernte. Ich kam, als ich es lernte. Würden Sie gerne bestellen? Würden Sie gerne bestellen? Ja, ich kann jetzt bestellen. Ja, ich kann jetzt bestellen. Nein, ich bin noch nicht bereit. Nein, ich bin noch nicht bereit. Was ist unsere Mission? Was ist unsere Mission? Beende dieses Spiel schnell. Beende dieses Spiel schnell. Blockieren eingehender Spieler. Blockieren eingehender Spieler. Hast du 30 Dollar? Hast du 30 Dollar? Ja, ich habe 30 Dollar. Ja, ich habe 30 Dollar. Nein, ich habe keine 30 Dollar. Nein, ich habe keine 30 Dollar. Präsident, haben Sie Fragen? Präsident, haben Sie Fragen? Ich habe keine Fragen mehr. Ich habe keine Fragen mehr. Werden Sie fortfahren? Werden Sie fortfahren? Hast du einen Cousin? Ja, ich habe zwei Cousins. Nein, ich habe keine Cousins. Nein, ich habe keine Cousins. Wo planen Sie unseren Urlaub dieses Jahr? Wo planen Sie unseren Urlaub dieses Jahr? Ich denke darüber nach, es in Paris zu machen. Ich denke darüber nach, es in Paris zu machen. Ich denke darüber nach, nach London zu gehen. Werden Sie es schaffen, zum Treffen zu kommen? Werden Sie es schaffen, zum Treffen zu kommen? Ja, ich werde pünktlich kommen. Ja, ich werde pünktlich kommen. Ich komme 20 Minuten zu spät. Ich komme 20 Minuten zu spät. Wurde unser Termin mit dem Kunden bestätigt? Wurde unser Termin mit dem Kunden bestätigt? Ja, ich habe gesprochen und wir haben den genauen Zeitpunkt für diese Angelegenheit festgelegt. Ja, ich habe gesprochen und wir haben den genauen Zeitpunkt für diese Angelegenheit festgelegt. Ich werde in zwei Stunden sprechen. Ich werde in zwei Stunden sprechen. Wann fängst du mit der Schule an? Wann fängst du mit der Schule an? Drei Wochen später Drei Wochen später Es begann vor drei Tagen Es begann vor drei Tagen Sollen wir zusammen Kaffee trinken? Sollen wir zusammen Kaffee trinken? Ja, wann sollen wir gehen? Ja, wann sollen wir gehen? Tut mir leid, ich habe heute keine Zeit Tut mir leid, ich habe heute keine Zeit Wenn du willst Wenn du willst, lass uns morgen trinken Wenn du willst, lass uns morgen trinken Wie lange studieren sie schon Physik? Wie lange studieren Sie schon Physik? Ich arbeite seit fünf Jahren. Dieses Jahr ist mein viertes Jahr. Dieses Jahr ist mein viertes Jahr. Welches ist deine Lieblingslektion? Welches ist deine Lieblingslektion? Ich liebe den Matheunterricht. Ich mag den Englischunterricht. Ich mag den Englischunterricht nicht besonders. Werden Sie an diesem Wettbewerb teilnehmen? Ja, ich werde teilnehmen. Ja, ich werde teilnehmen. Nein, ich war schon einmal dabei. Nein, ich war schon einmal dabei. Kommt ihr alle? Kommt ihr alle? Ja, wir alle sind unsere Zukunft. Ja, wir alle sind unsere Zukunft. Einige von uns werden nicht kommen können, weil sie unterwegs sind. Wann werden sie mit der Lektüre dieses Buches beginnen? Wann werden sie mit der Lektüre dieses Buches beginnen? Wann werden sie mit der Lektüre dieses Buches beginnen? Ich werde dieses Buch morgen lesen. Ich werde dieses Buch morgen lesen. Willst du dieses Mädchen heiraten? Willst du dieses Mädchen heiraten? Ja, ich liebe ihn sehr. Ja, ich liebe ihn sehr. Ich bin nicht sicher. Ich weiß sehr wenig. Ich bin nicht sicher. Ich weiß sehr wenig. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Tasche. Das ist ein Tasche. Das ist ein Tisch. Das ist ein Tisch. Das ist ein altes Auto. Das ist ein altes Auto. Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist deine Lieblingsfarbe? Die Farbe blau gefällt mir sehr gut. Die Farbe blau gefällt mir sehr gut. Die schwarze Farbe gefällt mir sehr gut. Die schwarze Farbe gefällt mir sehr gut. Wie lautet der alte Name dieser Schule? Wie lautet der alte Name dieser Schule? Sein Name hat sich nie geändert. Sein Name hat sich nie geändert. Ihr Name ist immer noch Atatürk Grundschule. Für wen bist du hierher gekommen? Ich kam wegen dir. Ich bin wegen meiner Kinder hierher gekommen. Ich bin wegen meiner Kinder hierher gekommen. Ist dieser Bleistift blau? Ist dieser Bleistift blau? Ja, auch dunkelblau. Ja, auch dunkelblau. Nein, dieser Stift hat die Farbe gelb. Nein, dieser Stift hat die Farbe gelb. Wirst du ins Fitnessstudio gehen? Wirst du ins Fitnessstudio gehen? Ich werde heute nicht gehen. Ich werde heute nicht gehen. Ich werde morgen Abend gehen. Ich werde morgen Abend gehen. Wirst du frühstücken? Wirst du frühstücken? Ich habe es vor einer Stunde gemacht. Ich habe es vor einer Stunde gemacht. Nein, das werde ich nicht. Nein, das werde ich nicht. Ich gehe in die fünfte Klasse. Ich gehe in die fünfte Klasse. Ich ging zur Universität. Ich ging zur Universität. Warum bist du nicht zur Schule gegangen? Warum bist du nicht zur Schule gegangen? Deshalb werde ich nicht gehen. Deshalb werde ich nicht gehen. Ich möchte heute nicht gehen. Ich möchte heute nicht gehen. Ich kann heute nicht an der Sitzung teilnehmen. Hast du irgendetwas zu sagen? Ich kann heute nicht an der Sitzung teilnehmen. Hast du irgendetwas zu sagen? Warum machst du nicht mit? Warum machst du nicht mit? Feil. Danke für die Information. Feil. Danke für die Information. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Ja, brauche ich. Ja, brauche ich. Ja, bitte. Ja, bitte. Was ist dein Lieblingsobst? Was ist dein Lieblingsobst? Ich liebe Apfel sehr. Ich liebe Apfel sehr. Ich liebe Erdbeeren sehr. Ich liebe Erdbeeren sehr. Kann man ein Auto reparieren? Kann man ein Auto reparieren? Ich kann Fahrräder reparieren. Ich kann Fahrräder reparieren. Ich habe noch nie ein Auto reparieren. Ich habe noch nie ein Auto repariert. Wohin gehst du heute? Wohin gehst du heute? Wenn sich nichts ändert, gehe ich zu meinem Bruder. Wenn sich nichts ändert, gehe ich zu meinem Bruder. Ich werde nach London gehen. Ich werde nach London gehen. Ich werde einkaufen gehen. Ich werde einkaufen gehen. Haben Sie Schulden? Ich schulde der Bank Geld. Ich schulde der Bank Geld. Ich habe keine Schulden. Ich habe keine Schulden. Werden Ihre Kollegen zu Ihrer Hochzeit kommen? Werden Ihre Kollegen zu Ihrer Hochzeit kommen? Ja, zehn meiner Freunde werden kommen. Ja, zehn meiner Freunde werden kommen. Ich schätze, sie werden nicht kommen können. Ich schätze, sie werden nicht kommen können. Ist in dieser Angelegenheit eine Korrektur erforderlich? Ist in dieser Angelegenheit eine Korrektur erforderlich? Nein, alles funktioniert. Nein, alles funktioniert. Das gesamte Projekt muss von Anfang an geschrieben werden. Das gesamte Projekt muss von Anfang an geschrieben werden. Wie viele Jahre seid ihr verheiratet? Ich bin seit zwölf Jahren verheiratet. Ich bin seit zwölf Jahren verheiratet. Nein, wir sind nicht verheiratet. Nein, wir sind nicht verheiratet. Wie viel Geld verdienst du im Monat? Ich verdiene monatlich 1.000 Lira. Ich verdiene monatlich 1.000 Lira. Ich verdiene 1.000 Dollar pro Monat. Ich verdiene 1.000 Dollar pro Monat. Kennen Sie die Personen, die an diesem Treffen teilnehmen werden? Kennen Sie die Personen, die an diesem Treffen teilnehmen werden? Nein, ich kenne niemanden. Nein, ich kenne niemanden. Ja, ich kenne sie alle. Ja, ich kenne sie alle. Wer ist mit dir gekommen? Wer ist mit dir gekommen? Mein Bruder kam mit mir. Mein Bruder kam mit mir. Ich kam mit meiner Mutter. Wie viele Tage hat Michael frei? Wie viele Tage hat Michael frei? Michael ist nicht im Urlaub. Er wird noch 5 Tage Urlaub nehmen. Er wird noch 5 Tage Urlaub nehmen. Bereit zum Bestellen? Bereit zum Bestellen? Ja, ich kann jetzt bestellen. Ja, ich kann jetzt bestellen. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Wer hat den Wettbewerb gewonnen? Wer hat den Wettbewerb gewonnen? Mein Freund Michael belegte den 1. Platz. Mein Freund Michael belegte den 1. Platz. Ich konnte nicht gewinnen. Ich konnte nicht gewinnen. Wie war das Konzert gestern Abend? Wie war das Konzert gestern Abend? Das Konzert verlief sehr gut. Das Konzert verlief sehr gut. Das gestrige Konzert wurde abgesagt. Das gestrige Konzert wurde abgesagt. Wer kam nach deinem Vater nach Hause? Wer kam nach deinem Vater nach Hause? Danach kam Abi. Danach kam Abi. Mein Bruder kam gleich danach. Mein Bruder kam gleich danach. Welche Kunstzweige mögen sie? Welche Kunstzweige mögen sie? Ich arbeite an Skulpturenkunst. Ich arbeite an Skulpturenkunst. Ich bin ein Musiker. Ich bin ein Musiker. Wie geht es deinem Vater? Wie geht es deinem Vater? Nicht schlecht. Funktioniert weiter. Nicht schlecht. Funktioniert weiter. Etwas unbequem. Etwas unbequem. Hast du mein Handy vom Vordersitz des Autos ausgesehen? Hast du mein Handy vom Vordersitz des Autos ausgesehen? Ja, ich habe die Telefone gesehen. Ja, ich habe die Telefone gesehen. Nur Tommy hatte seine Tasche. Nur Tommy hatte seine Tasche. Können wir ein günstigeres Fahrzeug finden? Können wir ein günstigeres Fahrzeug finden? Wir können nichts günstigeres finden. Wir können nichts günstigeres finden. Ich habe meinen Freund angerufen. Ich warte auf einen Preis. Ich habe meinen Freund angerufen. Ich warte auf einen Preis. Haben Sie den neuen Mitarbeiter kennengelernt? Haben Sie den neuen Mitarbeiter kennengelernt? Ich habe mich noch nicht getroffen. Ich habe für zwei Stunden später ein Treffen vereinbart. Ich habe mich noch nicht getroffen. Ich habe für zwei Stunden später ein Treffen vereinbart. Ja, ich habe dich heute Morgen getroffen. Wie ist der Fortschritt des Projekts? Wie ist der Fortschritt des Projekts? Das Projekt ist fast abgeschlossen. Wir machen Fortschritte. Aber wir brauchen noch vier Wochen. Wir machen Fortschritte. Aber wir brauchen noch vier Wochen. Wie viele Stunden bis wir nach Hause kommen? Wie viele Stunden bis wir nach Hause kommen? Wir werden in zwei Stunden zu Hause sein. Wir werden in zwei Stunden zu Hause sein. Wir können heute nicht nach Hause gehen. Wir können heute nicht nach Hause gehen. Haben Sie schon einmal ein Auto gekauft? Haben Sie schon einmal ein Auto gekauft? Obwohl ich Geld habe, kaufe ich kein Auto. Obwohl ich Geld habe, kaufe ich kein Auto. Ich möchte kein Auto kaufen. Ich möchte kein Auto kaufen. Wie gehst du zur Schule? Wie gehst du zur Schule? Ich fahre mit dem Taxi zur Schule. Ich fahre mit dem Taxi zur Schule. Manchmal fahre ich mit dem Bus zur Schule. Manchmal fahre ich mit dem Bus zur Schule. Ich fahre mit dem Bus zur Schule. Ich fahre mit dem Bus zur Schule. Wann soll ich zu ihnen kommen? Wann soll ich zu ihnen kommen? Du kannst kommen, wann immer du willst. Du kannst kommen, wann immer du willst. Wie wäre es, wenn sie abends kommen würden? Wie wäre es, wenn sie abends kommen würden? Wann gehst du aus? Wann gehst du aus? Ich denke darüber nach, am Nachmittag abzureisen. Ich denke darüber nach, am Nachmittag abzureisen. Ich werde nach der Arbeit gehen. Ich werde nach der Arbeit gehen. Ich rufe einen, was eigentlich� potion des Lebens. Wo es jetzt nicht so hält, ich werde nach der Arbeit gehen, Ich rufe einen Doppelge signed. Warum haben sie abge either? Ich versuche Pinotelge, deine sind mit Dåil unditation ger formasionen. Vielen Dank.